Er hat die Karriere begonnen, dich kenn ich so von der Schule, von früher, wir stehen zusammen hier. Das ist schon ein Film, sei mal ehrlich. Ich habe gerade zum Basti gesagt, verrückt, wir starten die Karriere gerade weniger zusammen. Und heute stehen wir hier. Ich trage euch hier, wie ihr hier seid im Stadion, für immer in meinem Herzen. Ich bin als junger Mann hierher gekommen, ich bin gereift, ich bin Nationalspieler, habe ich mich etabliert, in der Bundesliga etabliert. Und ihr, ihr habt mich zur Legende gemacht. Danke dafür. Das Krasse ist wirklich, besser hätte es nicht sein können, dass wir beide noch. Das kann mir keiner erzählen, das ist einfach ein Zufall, das ist Wahnsinn. Basti ist der geilste Typ der Welt. ... ... ... Vielen Dank.